Mensch, was ein Sauwetter. Aber das ist hier echt eine interessante, coole Geschichte. Jede zwei Jahre im Winter. Was findet da in Hamburg statt? Genau. Hier, die Nortec. Bist du auch da? Ich werde auf jeden Fall am 23. Januar auf der Nortec sein, auf dem Stand des VDMA. Da finden eine Reihe von Veranstaltungen statt zum Thema Industrie 4.0, Stichwort Digitalisierung. Und ich würde ganz gerne mit dir mal über folgendes sprechen, nämlich wie du aus dem Stand aus der Hosentasche heraus die smarten, heißen Bedürfnisse deiner Kunden herausfindest. Worauf fahren deine Kunden eigentlich bei einer smarten Produktaufrüstung ab? Was empfinden die Kunden als wertvoll? Warum solltest du was genau im Bereich smarter Produktaufrüstung machen? Und dazu möchte ich ganz gerne mit dir über folgende sprechen. Nämlich über das hier. Ich zeig dir das mal. Ups. Ich weiß nicht, kann man es sehen? Oh, kann man schlecht sehen, ne? Ja, jetzt. Ich möchte ganz gerne mal nämlich mit dir über diese fantastische App sprechen, die da gerade im Hintergrund läuft. Nämlich der sogenannte Nutzenkompost. Und wenn du Lust, Interesse hast, melde dich einfach über die sozialen Medien und See you auf der Nortec. Bin sehr gespannt auf dich. Kick it! im Videobwatch All